Jetzt heißt es Beauty und Kosmetik, liebe Zuschauer. Das sind zwei wunderbare Themen, aber liebe Herren, nicht abschalten. Sie werden jetzt genauso beansprucht, denn natürlich Körperpflege, Hygiene, das ist ganz, ganz wichtig. Da muss jeder drauf achten und da gibt es so den ein oder anderen Helferlein, den Sie definitiv haben müssen. Und wenn Sie noch keinen Vergrößerungsspiegel haben, liebe Zuschauer, dann habe ich jetzt wunderbare Modelle für Sie. Denn wir haben Kosmetikspiegel mit Vergrößerung und die Damen, die haben das bestimmt schon. Ich habe jetzt aber hier einen Kosmetikspiegel, der nicht nur vergrößern kann, sondern zusätzlich noch Licht hat. Und da haben wir einfach dann die perfekte Kombination. Wir Damen ganz klar Augenbrauen zupfen, mal ein Pickelchen ausdrücken. Die Herren rasieren, vielleicht auch mal gucken, ob die Nasenhaare lang sind. Und da ist es schon gut, wenn man einen Vergrößerungsspiegel hat, denn das sind so einfach Dinge, wo dann die Mitmenschen natürlich auch drauf achten, liebe Zuschauer. Und deshalb möchte ich Ihnen hier unseren ersten Kosmetikspiegel vorführen. Das ist ein Wandkosmetikspiegel, hier steht er jetzt. Aber der hat einen ganz tollen Saugnapf, eine ganz starke, tolle Saugnapfbefestigung. Und das heißt, Sie können den natürlich überall befestigen, wie zum Beispiel an Ihrem normalen Spiegel im Badezimmer. Das kennt man vielleicht aus dem Hotel. In guten Hotels, da hat man das immer. Da hat man den großen Badspiegel und dann hat man immer noch an der Seite einen Vergrößerungsspiegel. Und hier sehen Sie jetzt dieses fantastische Licht. Das sind 25 LEDs an der Zahl, eine LED-Leiste. Und die leuchtet dann und die können Sie natürlich jederzeit dann ein- und ausschalten. Jetzt wurde er hier unten schon so richtig schön festgemacht. Da muss ich jetzt mal ziehen, dass ich das überhaupt wegkriege. Und dann sehen Sie hier schon mal den Saugnapf, der wirklich sehr, sehr stark ist und dann eben auf allen glatten Oberflächen haftet. Müssen Sie jetzt nicht an Ihren Spiegel machen, können Sie natürlich auch an den Fliesenspiegel zum Beispiel dran machen. Oder auch, wenn Sie jetzt doch sagen, ich schminke mich gerne am Tisch, dann können Sie den natürlich auch als Standspiegel so auf dem Tisch lassen. Das ist natürlich gar keine Frage. Jetzt sehen Sie hier diesen LED-Kranz, der ist jetzt noch aus. Hier oben sehen Sie dann den Ein- und Ausschalter und dann schalte ich es einfach mal an, zack. Und da sieht man natürlich sofort den krassen Unterschied. Und der Spiegel, liebe Zuschauer, ist eben nicht irgendein Vergrößerungsspiegel, sondern eine Fünffachvergrößerung. Ja, da bekommt man manchmal schon ganz schön Angst, wenn man da reinschaut. Fünffache Vergrößerung. Da sieht man dann wirklich alle Poren. Da sieht man dann wirklich alles, was man sehen muss. Und deshalb braucht man natürlich ganz klar so einen Kosmetikspiegel. Die Befestigung ist super fest, auch super einfach zu befestigen. Denn hier unten kann man einfach drehen. An diesem Saugnapp, schauen Sie mal, da drehen Sie und so stellen Sie ihn fest. Also ich habe den jetzt hier hingestellt und jetzt drehen Sie hier, zack. Und dann ist der bombenfest. Dann steht der oder hängt der dann auch, wenn Sie ihn eben aufhängen möchten. Das ist ein Bombenfest und dann haben Sie einen sehr, sehr zuverlässigen Kosmetikspiegel für ganz wenig Geld. 16 Euro und ein paar Verquetschte, liebe Zuschauer, für einen Kosmetikspiegel. Das ist natürlich fantastisch. 6 Cent, um genau zu sein, sind die paar Verquetschte. Also 16 Euro und 6 Cent, das ist ein Wahnsinnspreis. Gehen Sie bitte in den Drogeriemarkt, gehen Sie bitte in den Baumarkt. Zum Beispiel da im Baumarkt gibt es ja dann auch so Abteilungen, wo man dann eben im Badezimmer alles findet, was man braucht. Da kosten Kosmetikspiegel, die nicht mal so eine tolle Fünffachvergrößerung haben. Licht haben Sie schon gar nicht. 20, 30, 40 Euro und liebe Zuschauer, 16 Euro und 6 Cent, das ist wirklich ein Wahnsinnsangebot. Und auch wirklich ein ganz, ganz toller Wandkosmetikspiegel. Der hat ein Kugelkopfgelenk, 360 Grad schwenkbar. Das heißt, auch wenn der festgepappt ist, können Sie den trotzdem in alle Richtungen drehen. Vier Arretierungen, montagefrei, ganz klar, für alle glatten Flächen, durch diesen fantastischen Saugnapf. Natürlich haben wir hinten eine Batterie drin für diesen tollen LED-Kranz, der dann eben hier Ihnen noch mehr ermöglicht. Dann einfach perfekt und ganz, ganz genau zu sehen, was im Gesichtchen da so alles vorzufinden ist. Körperpflege, Hygiene, ganz, ganz wichtig. Deshalb Kosmetikspiegel, ganz, ganz wichtig. Und den können Sie natürlich jetzt bestellen, das würde ich Ihnen auch empfehlen. Ich habe den schon ganz, ganz oft verschenkt, weil ich mich auskenne mit Kosmetikspiegeln und da einfach weiß, dass das was ganz, ganz Besonderes ist. Fünffache Vergrößerung, 25 LEDs, die perfekte, optimale Beleuchtung. Und dann sehen Sie alles, was Sie sehen möchten. Jetzt anrufen und bestellen. NX 13 44 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Da müssen Sie wirklich ganz, ganz schnell sein. Den haben wir selten, weil der selten lieferbar ist, liebe Zuschauer. Der ist schon oft ausverkauft gewesen. Und ja, jetzt ist schon wieder hier die Hölle los im Callcenter, wie ich gerade höre. Deswegen rufen Sie bitte an und bestellen Sie. Sichern Sie sich gleich diesen Kosmetikspiegel. Und vielleicht suchen Sie auch noch das ein oder andere Mitbringsel, das ein oder andere Geschenk. Bei Frauen liegen Sie mit Kosmetikspiegeln immer richtig. Und bei den Herren ist dann das so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall. Da muss man dann auch sagen, du, schau mal, die Nasenhaare sind wieder ein bisschen lang. Oder aus den Ohren kommen Haare raus. Das sieht man nicht in dem großen, normalen Spiegel. Da braucht man dann schon Vergrößerung. Deshalb, liebe Zuschauer, bitte gleich anrufen und bestellen. 0180 51 51 und dreimal die zwei. Das ist die Nummer von unserem lieben Callcenter. Die Kollegen warten da auf Sie und nehmen dann gern Ihre Bestellungen an. Wir haben aber, liebe Zuschauer, nicht nur einen Kosmetikspiegel. Denn viele sagen, oh, so ein hängender, ich schminke mich oder generell die Pflege mache ich gerne im Sitzen. Und deshalb hätte ich gerne einen Standkosmetikspiegel. Haben wir natürlich auch. Und deshalb, liebe Zuschauer, gibt es den natürlich jetzt. Hier sehen Sie das wunderbare Stück. Das ist der Standkosmetikspiegel. Der steht natürlich hier sehr, sehr sicher. Und auch hier, liebe Zuschauer, möchte ich natürlich nicht, dass Sie auf das Licht verzichten müssen. Auch hier haben wir 18 LEDs verbaut. Hier haben wir hier übrigens auch schwenkbar um 360 Grad. Und hier oben sehen Sie dann den Einschalter für das Licht. Und das mache ich jetzt gleich mal. Und schon haben Sie perfekt alles ins Zähne gesetzt. Sie sehen alles, was Sie sehen möchten. Und durch dieses 360 Schwenkbar haben wir es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, beides in diesen Kosmetikspiegel zu vereinbaren. Wir haben einmal die ganz normale 1 zu 1 Vergrößerung, beziehungsweise keine Vergrößerung. Und auf der anderen Seite dann die Dreifachvergrößerung. Also hier können Sie ganz normal den Spiegel benutzen, was auch sehr, sehr praktisch ist. Manchmal möchte man dann doch nicht so nah ran. Wenn Sie aber nah ran möchten, drehen Sie dann einfach um und dann haben Sie die Dreifachvergrößerung. Der Spiegel ist verchromt, silberverchromt, sieht sehr, sehr schön aus. Und wir haben auch hier natürlich Batterien drin, dass dieses wunderbare LED-Licht auch leuchten kann. Ich finde den optimal und der ist auch sehr, sehr beliebt. Natürlich auch wegen dem Preis, liebe Zuschauer. Vielleicht kennen Sie sich da so ein bisschen aus. Vielleicht haben Sie da schon so ein bisschen geschaut. Vielleicht haben Sie auch schon einen gekauft. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen erschrocken. Gerade im Drogeriemarkt, wo man dann eben diese Kosmetikspiegel erwerben kann. Meistens hat man immer nur die eine Variante, einen normalen Spiegel oder eine Vergrößerung. Dieses LED um den Vergrößerungsspiegel, das habe ich jetzt noch nie entdeckt im Drogeriemarkt. Trotzdem waren die Spiegel im Drogeriemarkt viel, viel teurer, auch ohne LED-Leiste. Und deshalb, liebe Zuschauer, würde ich Ihnen auch hier empfehlen. Entscheiden Sie sich oder Sie können natürlich auch beide bestellen. Einmal den Standkosmetikspiegel und einmal den mit dem Saugnapf. Tolles Geschenk, denken Sie bitte dran. Wir sind nicht mehr weit entfernt von dem 1. Advent. Der Countdown, den haben wir schon öfters eingezählt. Das ist manchmal ganz schön erschreckend, wie viele wenige Tage dann doch noch übrig sind. Und ich finde, gerade bei Damen, habe ich ganz oft schon gemacht, so ein kleines Beauty-Paket verschenkt. Vielleicht ein schönes Duschgel, vielleicht eine schöne Bodylotion, eine schöne Gesichtscreme. Und dann so ein toller Kosmetikspiegel dazu. Oder andersrum, bei den Herren, dann vielleicht ein schöner Rasierschaum, ein schönes Aftershave und so ein toller Spiegel dazu. Und dann macht man das alles in so eine schöne Folie und dann hat man das perfekte Geschenk. Also, liebe Zuschauer, hier müssen Sie zugreifen bei 18,91 Euro sowieso. Deshalb sage ich Ihnen jetzt die Bestellnummer und dann heißt es ran ans Telefon. NC 23 55 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Unsere Callcenter-Hotline ist die 0180 51 51 und 3 mal die 2. Und dann bestellen Sie und dann haben Sie schon das ein oder andere Geschenk. Oder Sie sagen, oh, den bräuchte ich eigentlich selber, den möchte ich selber haben. Können natürlich auch mehrere bestellen. Dann sind Sie hier gewappnet. Beide Spiegel kann ich sehr, sehr warm empfehlen. In beiden Spiegeln habe ich mich schon geschminkt und schick gemacht. Und deshalb, liebe Zuschauer, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. NC 23 55 und die 569. Ein Standkosmetikspiegel mit 18 LEDs. Zwei Spiegelflächen 1 zu 1 und eine Dreifachvergrößerung. 360 Grad schwenkbar. 18 91, NC 23 55 und die 569. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommt ein ganz tolles Gerät. Ich bin ein sehr, sehr skeptischer Mensch, das muss ich Ihnen sagen. Und gerade bei Kosmetikprodukten, da muss ich dann immer so überlegen. Ist das wirklich sinnvoll? Macht das wirklich Sinn? Das nächste Produkt, das macht Sinn. Liebe Zuschauer, wir haben hier ein fototherapeutisches Anti-Aging-Gerät. Und das ist eine ganz, ganz clevere Sache. Wenn man das so sieht und ich sage Ihnen jetzt, dieses Gerät reduziert Ihre Falten, dann werden Sie bestimmt sagen, erzähl mir was. Liebe Zuschauer, es ist wirklich so. Denn wir arbeiten bei diesem Anti-Aging-Booster mit ganz, ganz tollen Hilfsmitteln. Nicht nur mit einem, sondern mit mehreren. Dieser tolle Anti-Aging-Booster, liebe Zuschauer, der hat erstens mal fototherapeutisches Licht. Fototherapeutisches Licht regt die Kollagenbildung an. Und hier haben wir dann die Unterstützung eben der Zellerneuerung. Das Zweite, wir haben gleichzeitig zu dem fototherapeutischen Licht eine Mikrovibration. Das heißt, wenn Sie diesen Anti-Aging-Booster auf Ihren Fältchen ansetzen, dann spüren Sie eine leichte Vibration. Gleichzeitig haben Sie das fototherapeutische Licht. Und diese Vibration, die Mikrovibration, die stimuliert die Blut- und Lymphenzirkulation. Schon mal zwei Dinge. Und das Dritte, liebe Zuschauer, ist die Ionentherapie, die hier gleichzeitig passiert. Und das verbessert die Durchlässigkeit der Haut. Das heißt, Ihre teuren Gesichtscremes ziehen besser ein. Und das, liebe Zuschauer, ist wirklich die perfekte Verbindung. Man denkt das gar nicht, wenn man dieses kleine, süße Anti-Aging-Booster-Gerät hier sieht. Aber diese drei kombiniert, diese drei tollen Dinge, dieses fototherapeutische Licht, Mikrovibration und die Ionentherapie kombiniert, ist einfach die perfekte Möglichkeit der Faltenreduzierung. Und deshalb, liebe Zuschauer, einfach Ihre Lieblingscreme, Ihre Gesichtscreme so ganz, ganz leicht antupfen auf die Fältchen, die natürlich auch bei mir schon vorhanden sind. Und dann kommt dieser Anti-Aging-Booster drauf. Und dann spüre ich jetzt schon diese Vibration, diese leichte Vibration, dieses fototherapeutische Licht. Das spüre ich nicht, aber das sieht man. Und hier haben Sie dann eben diese Kombination. Und dieses tolle Gerät, da sagt man 60 Sekunden am Tag. Also Sie binden das einfach ganz normal morgens bei Ihrer Pflege ein oder auch abends vor dem Schlafen gehen. 60 Sekunden auf die Stellen, wo Sie dann die Fältchen reduzieren möchten. Und dann werden Sie merken, dass die Falten reduziert werden. Sie müssen das regelmäßig tun und Sie müssen da auch eine Weile dranbleiben. Das dauert natürlich eine Weile. Aber dann merkt man, wie die Falten reduziert werden. Das ist natürlich getestet worden, das Gerät. Da sind viele, viele Erfolge damit schon gesehen worden. Und deshalb, liebe Zuschauer, kann ich Ihnen das nur wärmstens ans Herz legen, das auszuprobieren. Und heute haben wir einen fantastischen Extra-Sonderpreis nur für dieses Gerät. Und deshalb ist jetzt Ihre Chance gekommen, das zu bestellen und das auszuprobieren. Bei 17,50 Euro, da kann man nichts falsch machen. 19,50, Entschuldigung. 19,50 kann man natürlich nichts falsch machen. Das liegt unter 20 Euro, liebe Zuschauer. Das müssen Sie ausprobieren. Überlegen Sie mal, unter 20 Euro und die Fältchen, die werden reduziert. Ich bin ja sowieso eher so gegen Botox oder so. Das muss nicht sein. Ich finde es schön, Falten zu haben. Aber manchmal denkt man, jetzt müssen die noch nicht kommen oder so arg müssen die jetzt auch nicht sichtbar sein. Reduzieren Sie die Falten mit diesem fantastischen Anti-Aging-Booster. Liebe Zuschauer, 19,50 Euro. Jetzt zuschlagen, bestellen Sie mit der NC2402 und der 569. Das ist ein ganz spezieller Sonderpreis. Der wurde speziell für diese Sendung gemacht. Nur jetzt, liebe Zuschauer. Und bis zwei Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung bekommen Sie diesen Anti-Aging-Booster zu diesem Preis. Deshalb greifen Sie jetzt zum Telefon. Auch das ist eine schöne Geschenkidee. Da muss man vorsichtig sein, wem man das schenkt. Weil es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, habe ich Falten oder was? Aber ich weiß, meine Freundinnen, wir sprechen da drüber. Und die sagen dann, irgendwie geht es hier los und das möchte ich nicht. Ich weiß, dass die sich definitiv über diesen Anti-Aging-Booster wahnsinnig freuen. Deshalb, wenn Sie auch jemanden kennen, der so ein bisschen kämpft und der vielleicht auch schon mal gesagt hat, ich lasse mir bald Botox spritzen, dann sollte er oder Sie das lieber erst mal mit dem Anti-Aging-Booster reduzieren. Das ist natürlich gar nicht schädlich. Und so haben Sie durch diese verschiedenen Möglichkeiten, dieses phototherapeutische Licht, diese Vibration, durch diese ganze, ja, auch medizinischen Dinge, wo man ja weiß, klar, das regt die Kollagenbildung an. Da werden die Falten reduziert. Da steckt ja viel Wissen dahinter. Probieren Sie das aus, nur heute für 19,50 Euro. Das ist ein Wahnsinnsangebot. Jetzt anrufen, jetzt zum Telefon greifen und dann die Bestellnummer sagen. Die NC2402 und die 569 ist hier diese tolle Bestellnummer zu diesem fantastischen Gerät. 19,50 Euro. Ich weiß nicht, ob wir den Preis beibehalten. Ich hatte nur heute als Info, dass das ein Spezial-Sonderpreis für diese Sendung ist. Deshalb, liebe Zuschauer, lassen Sie sich das nicht entgehen. Dreifache Hautstimulation stimuliert die Zellen und reduziert dann eben diese lästigen Fältchen. Das ist doch fantastisch, oder? Deshalb, liebe Zuschauer, machen Sie das, probieren Sie das aus. 19,50 Euro, fantastischer Preis. So, jetzt gibt es natürlich noch andere Problemchen. Beziehungsweise, eigentlich sind es keine Problemchen, aber viele mögen keine Haare an gewissen Körperstellen. Zum Beispiel Frauen, die ganz regelmäßig rasieren, die natürlich ihre Beine. Gerade, wenn man dann doch mal was Kürzeres anhat, dann möchte man doch nicht unbedingt behaarte Beine sehen. Oder auch, wenn man mal schön ins Thermalbad geht. Jetzt ist ja wieder die Zeit, wo es kühler wird und da geht man dann gerne ins Thermalbad. Möchte man auch nicht unbedingt behaarte Beine haben. Deshalb, liebe Zuschauer, rasieren ganz, ganz, ganz viele Frauen und auch Herren ab und zu die Beine. Alle, die schon mal die Beine rasiert haben oder auch die Arme, es gibt auch welche, die die Arme rasieren. Die, liebe Zuschauer, die haben sich mindestens schon 20 Mal geschnitten. Dann hat man da so einen Schnitt, dann macht man ein Pflaster drauf, dann ist das Bein halt auch nicht mehr so schön. Es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es das Möglichkeit zu wachsen. Kennen Sie das? Macht man Wachs drauf, dann kommt so ein Blatt drauf und dann reißt man das weg. Furchtbare Schmerzen, nicht zu empfehlen. Dann gibt es noch Epilieren. Das ist schon eine sehr gute Möglichkeit, weil da bleiben die Haare sehr, sehr lange weg. Aber tut auch weh. Jetzt kommt's. Es gibt etwas Neues, liebe Zuschauer. Und diese neue Möglichkeit hat mich so beeindruckt. Es gibt eine Haarentfernung, die absolut schmerzfrei ist. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben richtig gehört, schmerzfrei. Und hier sehen Sie schon, wie das funktioniert. Haarentfernung mit Thermotechnologie. Wir haben hier drei Hitzestufen und die Wärme dringt bis in die Haarwurzel ein. Und dann wird das Haar verödet. Das hört sich jetzt furchtbar schlimm an. Das merken Sie überhaupt nichts. Das ist ganz, ganz angenehm warm. Hier haben Sie dieses Wundergerät. Haarentfernung schmerzfrei. Ich kann es immer noch nicht glauben, liebe Zuschauer. Hier ist es. Sie schalten das an und dann sehen Sie hier schon das Symbol der Sonne. Eine Sonne ist jetzt zu sehen. Das heißt, wir sind auf der ersten Hitzestufe. Jetzt können wir natürlich hochgehen auf die zweite und auf die dritte Hitzestufe. Und dann, liebe Zuschauer, passiert eben genau das. Wenn ich jetzt auf die Haut gehe, beziehungsweise auf die Stelle, wo ich die Haare entfernen möchte und hier ganz, ganz langsam drüber fahre, dann passiert eben genau das. Das Haar wird ganz leicht verödet bis aber in die Haarwurzeln. Und deshalb, liebe Zuschauer, ist das eine Haarentfernung, die a schmerzfrei ist. Und nach vier, fünf Anwendungen ist die Haarentfernung sogar dauerhaft. Ist das nicht genial? Sie müssen da vier, fünf Mal ran an die gleiche Stelle. Denn natürlich wachsen Haare immer unterschiedlich in unterschiedlichen Zyklen. Deshalb muss man mehrere Male da drüber, beziehungsweise in mehreren Abständen, Zeitabständen drüber, dass man wirklich alle Haare erwischt. Und dann, liebe Zuschauer, wenn Sie dann alle Haare erwischt haben, ist diese Haarentfernung dauerhaft. Und das ist das Geniale, schmerzfrei und dauerhaft. Jetzt habe ich hier die Haare verödet. Jetzt habe ich hier an dieser Stelle eben die Haare entfernt. Und dann, liebe Zuschauer, gehen Sie mit so einem leichten Schmirgelpad über diese Stelle, dass Sie hier auch diese Reste entfernen, diese verbrannten Hautschüppchen, Haarreste praktisch, nicht Hautschüppchen, was erzähle ich denn da? Die Haare, die hier verbrannt sind, die liegen dann hier noch so ein bisschen oben drauf. Da können Sie dann ganz leicht drüber und dann gehen die weg. Sie haben mehrere Aufsätze, weil Sie natürlich auch mehrere Stellen am Körper haben, wo Sie vielleicht mal einen breiteren Aufsatz haben möchten oder ein bisschen einen kleineren Aufsatz. Und Sie haben natürlich auch ein Reinigungsbürstchen dabei, das Sie dann hier auch wieder reinigen können, wenn hier irgendwie die Härchen noch drin sind. Liebe Zuschauer, 66,41 ist der Wahnsinnspreis für eine dauerhafte Haarentfernung. Jetzt gehen Sie mal bitte ins Kosmetikstudio und fragen nach, was kostet eine dauerhafte Haarentfernung? Erste Frage, wie machen die das da? Es gibt natürlich auch Laser und es gibt da so dauerhafte Haarentfernung, wo ich jetzt nicht unbedingt haben möchte. Ich möchte natürlich etwas Unschädliches und das ist dies definitiv, denn wir haben hier eine ganz, ganz geringe Wärme, die aber eben bis in die Haarwurzel reingeht und das Haar verödet. Wir haben eine dauerhafte Haarentfernung nach vier bis fünf Anwendungen. Also wenn Sie hier die Beine rasieren oder die Arme rasieren, dann immer in gewissen Zeitabständen das nochmal machen und irgendwann ist dann wirklich jedes Härchen verödet und kommt nicht mehr nach. Wir haben hier, das haben Sie bestimmt auch schon entdeckt, eine kabellose Bedienung und einen komplett lautlosen Betrieb. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr schön. Wir haben verschiedene Aufsätze, eben auch für ebene und unebene Stellen und wir haben eine schmerzfreie und hautschonende Möglichkeit, hier komplett Ihre Haare zu entfernen. Das Peeling Pad beugt dann auch nochmal das Einwachsen der Haare vor, also mit dem Peeling Pad dann auch immer schön über die Stelle gehen, die Sie hier gerade verödet haben. Ich habe es selber ausprobiert. Ich habe jetzt schon mehrere Anwendungen an den Beinen hinter mir und ich bin super begeistert. Es tut nicht weh und das gab es noch nie. Es gab noch nie eine Haarentfernung ohne Schmerzen. Jetzt gibt es sie. Und die gibt es hier für 66, 41, 40. Und deshalb, liebe Zuschauer, es ist jetzt anrufen und bestellen. Mit der NC3903 und der 569 können Sie jetzt hier zuschlagen. Auch ein tolles Geschenk. Also ich kenne niemand, der nicht froh wäre, wenn er an den Stellen, wo er immer rasiert, plötzlich keine Haare mehr hätte. Es geht mit diesem Haarentferner, mit dieser Thermotechnologie. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. NC3903 und die 569. Wahnsinnspreis 66, 41. Da bitte ganz, ganz schnell sein. So, liebe Zuschauer, wir kommen von einem Highlight ins nächste. Und hier habe ich jetzt ein Produkt. Da war ich auch sehr daran interessiert, bevor das bei Pearl TV zu sehen war und habe mich da schwer erkundigt. Gerade auch im Drogeriemarkt. Wir sprechen von einem Hornhautentferner. Und da gibt es jetzt so eine Firma, die sind spezialisiert auf Fußprodukte. Die machen ganz viel für hier Pediküre und Füße. Jetzt habe ich mir das angeschaut. Das sah eigentlich genauso aus wie unserer. Dieses Teil war dort zu haben mit einem Aufsatz, vielleicht sogar auch mit einem zweiten Aufsatz für das Einstiegsmodell 45 Euro. Und dann habe ich gedacht, ne, 45 Euro dafür, dass das mir die Hornhaut entfernt, das ist mir jetzt doch zu viel. Und jetzt, liebe Zuschauer, hat es Pearl TV. Und natürlich viel, viel günstiger. Und da ist nicht nur der Hornhautentferner dabei. Wir haben hier sogar noch ein komplettes Maniküreset und ein Nageltrimmer dabei. Aber dazu komme ich gleich. Jetzt möchte ich Ihnen hier erstmal diesen fantastischen Hornhautentferner zeigen. Liebe Zuschauer, ganz einfach in der Bedienung hier einfach einmal anschalten. Dann dreht sich hier oben dieser Schleifkopf. Und da haben wir zwei dabei. Ich habe jetzt den feinen aufgespannt. Hier haben Sie den groben. Und dann gehen Sie der Hornhaut an den Kragen. Hornhaut, liebe Zuschauer, das ist a, nicht schön. Und b, wenn Sie Hornhaut an den Füßen haben, dann kratzt das auch manchmal ganz schön. Wenn man so füßelt mit dem Partner und dann der sagt, irgendwie kratzt das, das ist dann auch meistens die Hornhaut. Das hat eben auch viel mit Pflege zu tun. Da muss man auch gucken, dass man die Füßchen pflegt. Und wenn das so einfach geht, ich habe das auch früher dann gemacht mit irgendwie so einem Bimsstein oder mit so einer Nagel- bzw. Fußpfeile nach dem Duschen, wenn dann die Haut schön weich ist. Das ist eine ganz schön aufwendige, lange Prozedur. Mit diesem Hornhautentferner geht das so schnell. Und Sie haben eben die Möglichkeit, erst mal die richtige Hornhaut mit dem groben Aufsatz zu entfernen. Den kann man ganz einfach auswechseln. Hier seitlich haben Sie so einen Knopf. Den drücken Sie einfach und dann springt hier schon der Aufsatz raus. Dann gehen Sie erst der Hornhaut, der dicken Hornhaut mit dem groben hier an den Kragen. Und dann, wenn dann die Hornhaut zu entfernen ist, gehen Sie aber nochmal, auch wenn Sie denken, es ist schon alles weg, ein bisschen mit dem Feinen drüber. Das ist dann ganz, ganz toll. Und ich zeige es Ihnen jetzt mal an der Hand, weil ich jetzt nicht meine Schuhe hier ausziehen möchte. Aber hier sieht man dann, wie schnell das arbeitet und wie schnell das dann doch die Hornhaut auch entfernt und Sie wieder babyglatte, popo, weiche Haut haben an den Füßen, so wie das sein soll. Und jetzt, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen das Riesen-Highlight zeigen, denn dieses Modell, nee, falsch, nicht dieses Modell, aber diese Art, dieser Hornhautentferner mit diesen zwei Schleifsteinen von einer gewissen Firma im Drogeriemarkt, 45 Euro. Bei uns viel, viel günstiger. Aber nicht nur das ist dabei, sondern auch ein Manikür-Set. 18,91 Euro für den Hornhautentferner plus ein Manikür-Set plus ein Nageltrimmer. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem Manikür-Set, denn hier sehen Sie es gerade ganz, ganz schön. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auch Maniküre zu Hause zu machen. Und das hochprofessionell. Sie sehen hier mehrere Aufsätze. Sie können hier die Nagelhaut entfernen. Sie können hier Ihre Nägel natürlich feilen. Sie können aber dann auch Ihre Nägel polieren. Also das ist wirklich Profi-Qualität. Das hat dann auch jemand, der professionell Maniküre anbietet. Und Sie können das jetzt für 18,91 Euro sich nach Hause holen. Nicht nur der Hornhautentferner, sondern mit dem Manikür-Set dabei. Und das ist natürlich ein Angebot, das können Sie sich nicht entgehen lassen. Hier nehme ich jetzt einfach mal einen Aufsatz raus, dass Sie dann auch sehen, wie das funktioniert, wenn Sie das zu Hause haben. Einen Aufsatz nehmen wir jetzt einfach mal raus. Und dann wird der nämlich seitlich einfach hier reingesteckt. Schauen Sie mal, hier ist so ein kleines Loch. Und hier wird es dann einfach reingesteckt. Und dann machen Sie einfach den Trimmer an. Und dann bewegt sich das natürlich auch an der Seite. Und dann können Sie hier an der Seite dann an Ihre Nägel ran. Und das, liebe Zuschauer, ist wieder absolut professionell. Denn das macht dann auch die Maniküre, die Dame, die die Maniküre macht, der Nageldesigner, die machen das mit so einem Set immer mit so hochprofessionellen Materialien. Das ist der Wahnsinn. Hornhautentferner plus Manikürset und plus, und das jetzt kommt es noch, es kommt noch besser, liebe Zuschauer, plus den Nageltrimmer. Sie kennen vielleicht diesen Nagelclipser. Den haben Sie vielleicht sogar zu Hause. Aber hier haben Sie jetzt sogar einen Nageltrimmer dabei. Das ist nochmal so ein extra Aufsatz. Der wird auch hier oben drauf gesteckt und dann auch wieder eingeschaltet. Und dann haben Sie hier den Trimmer. Ich möchte meine Nägel jetzt nicht kürzer machen, deswegen mache ich den Nagel nicht rein. Aber theoretisch geben Sie hier jetzt einfach den Nagel rein. Und dann wird der getrimmt. Auch ganz, ganz schonend, schmerzfrei natürlich, ganz, ganz schnell. Liebe Zuschauer, ich möchte behaupten, das ist wirklich so ein Gerät, das sollte jeder zu Hause haben. Und ich möchte behaupten, das gibt es nicht günstiger. In diesem Umfang mit dem Hornhauttrimmer zwei verschiedene Aufsätze, grob und fein. Mit einem hochprofessionellen Manikürset, mit hier fünf verschiedenen Aufsätzen, plus noch den Nageltrimmer. Und sogar ist noch ein kleines Bürstchen dabei, dass Sie hier wieder alles sauber machen können. Gibt es nur hier zu diesem Preis. 18,91 Euro. Auch eine tolle Geschenkidee. Aber wenn Sie es selbst noch nicht zu Hause haben, dann erstmal für sich selber bestellen. NX 73, 76 und die 569 ist hier die Bestellnummer für das Komplettset. Dann haben Sie alles komplett und das elektrisch. Sie brauchen da nicht irgendwie mehr stundenlang feilen oder stundenlang schrubben. Hier einmal angeschaltet und dann geht das ganz schnell mit der Maniküre, mit der Pediküre. Und Maniküre und Pediküre, liebe Zuschauer, kostet ganz schön viel Geld, wenn man das machen lässt. Jetzt haben Sie ein hochprofessionelles Gerät für 18,91. Dann können Sie das alles zu Hause machen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Lieblingsartikel gefunden. Denken Sie an die tollen Kosmetikspiegel mit der LED-Beleuchtung. Denken Sie an den Anti-Aging-Booster. Denken Sie an die Haarentfernung. Und an dieses fantastische Gerät, das ist die perfekte Pflege für zu Hause. Viel Spaß dabei!